Hola, que tal? Soy Lucia. Ya me conoces. Du kennst mich schon. In diesem Video möchte ich dir einige Besonderheiten zu den Adjektiven im Spanischen erklären. Nach diesem Video kannst du alle Adjektive im Spanischen richtig verwenden. Du hast das Einsteiger-Video zu den Adjektiven bereits gesehen und die Übungen dazu gemacht? Okay, dann kann es losgehen. In diesem Video möchte ich dir einige Besonderheiten zu den Adjektiven im Spanischen erklären. Nämlich, einige Adjektive stehen entgegen der Regel vor dem Substantiv. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com